Bevor das Video losgeht, Freunde, ihr wisst es bereits, kurzes Announcement noch. In drei Tagen endet unser Black Sale, das heißt am 1.12. ist es soweit, dann geht es in den Christmas Sale über. Aber die Black Sale Rabatte gibt es nur noch jetzt und die sind definitiv heftiger. Das heißt, wenn ihr noch was für Weihnachten braucht, für die Freundin, für die Freundin, für die Großmutter oder für euch, tut euch was Gutes. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und apropos was Gutes, am 1.12. launcht auch mein erster Online-Technik-Kurs, in dem es darum geht, quasi ein gutes, günstiges Seminar zu euch nach Hause zu bringen. Technik, Fehleranalyse, wie ihr bei euch Fehler erkennt, wie ihr bei euch Fehler raustrainieren könnt, welche Übungen dafür relevant sind, wie ihr euch füllen müsst, das komplette Paket. Und meiner Meinung nach für einen richtig günstigen Eu, was ich euch da biete. Deswegen, wenn ihr daran Interesse habt, der Newsletter-Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch eintragen. Am 1.12. wird gelauncht und die ersten 48 Stunden gibt es auch einen Spezialrabatt. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, tragt euch ein und ansonsten schaltet einfach am 1.12. ein, falls ich was hochlade, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt viel Erfolg dabei, euer Hohlkreuz wegzubekommen. Peace. Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics. Und im heutigen Video geht es mal um das Thema Hohlkreuz, beziehungsweise was ihr gegen euer Hohlkreuz machen könnt. Erstmal grundlegend so ein bisschen ein paar Informationen, was ist überhaupt ein Hohlkreuz oder was versteht man unter einem Hohlkreuz und warum kann es potenziell in Anführungszeichen ungünstig oder gefährlich sein? Also wenn wir uns das Verhältnis von unserem Becken oder unserer Hüfte zu unserem Brustkorb angucken, dann wäre das hier ungefähr ein neutraler Rumpf. Das heißt, mein Hintern ist irgendwie so ein bisschen aktiviert, die Beuger sind aktiviert, der Rücken und der Bauch und die halten das Ganze ungefähr in Waage. Jetzt kann es sein, dass man richtig kräftige Gesäßmuskulatur hat und hier halt trotzdem so eine krasse Lordose hat. Das liegt aber dann an der Gesäßmuskulatur, das wäre kein Hohlkreuz. Wichtig ist, wie quasi hier das Becken steht, gekippt und so gekippt und das sollte ungefähr neutral sein. Es ist eine Range ungefähr, ein neutraler Rumpf, also es gibt jetzt nicht den Punkt, oh das ist jetzt perfekt neutral, sondern was ihr haben solltet, wäre eine leichte Lordose in der Lendenwirbelsäule und eine leichte Kyphose quasi in der Brustwirbelsäule. Das heißt, hier oben eine Wölbung nach außen und hier unten eine Wölbung nach innen. So, Becken steht neutral zum Rumpf, das ist ein neutraler Rumpf. Ein Hohlkreuz oder eine Hyperlordose, also quasi eine Überbeugung hier in der Lendenwirbelsäule wäre folgendes, alles was abseits von dieser neutralen Position ist, nach vorne gekippt. Also das Becken kippt sich quasi hier nach vorne, der Rumpf, also der Bauch öffnet sich, der Rücken streckt sich zusammen, also zieht zusammen, der Hintern lockert sich und die Beuger ziehen sich zusammen. Das hier wäre eine extreme Hyperlordose. Das Problem ist jetzt, oder das potenzielle Problem ist jetzt, wenn wir das Ganze beladen mit einer Kniebeuge oder irgendwas hochheben oder den ganzen Tag so sitzen, uns bewegen und und und. Erstens, mit der Zeit wird die Muskulatur hier, also die Rückenstrecker, werden immer fester und übernehmen immer mehr die Stabilität. Das allein schon kann ein Druckgefühl verursachen, kann eventuell dazu sorgen, dass ihr nachher irgendwie leichte Rückenschmerzen haben, weil irgendwie Nerven ein bisschen angedrückt werden oder ähnliches. Das ist ja halbwegs noch okay, das kann man ein bisschen aufdehnen und und und. Das Problem ist, sobald Belastung raufkommt, ist aber auch die Integrität unserer Wirbelsäule gefährdet. Das heißt, normalerweise, wenn wir in einem neutralen Rumpf stehen, sind die Wirbel ja ungefähr übereinander, so wie die quasi gedacht sind. Können gut federn, gleichmäßig federn, die Belastung wird verteilt. Sobald wir jetzt aber in eine Hyperlordose kippen oder das, was vielen bekannt ist, was ungünstig ist, ist dieser klassische Rundrücken, ist aber im Prinzip das Gleiche nur in die andere Richtung. Dann, unsere Wirbelsäule ist zwar nicht so, aber ich sage jetzt mal so, wenn die normalerweise gesteckt wäre übereinander und wir kippen das Ganze in eine Hyperlordose, haben wir auf der einen Seite mehr Belastung und auf der anderen Seite weniger Belastung. Und die Bandscheiben werden in eine Richtung rausgedrückt. Genauso wie beim Rundrücken, wie ihr das kennt, wenn wir rund sind, werden die Bandscheiben bei Belastung in die andere Richtung rausgedrückt. Das heißt, wir haben ungleichmäßige Belastung auf den Wirbeln und den Bandscheiben und das kann, muss nicht, zu Problemen führen. Bandscheibenvorfall, wenn so ein Ding mal platzt, drückt raus und dann habt ihr den Salat, Bandscheibenvorfall und dann ist es so. Das heißt, worauf wir achten sollten generell, unabhängig vom Kraftsport, dass wir einen neutralen Rumpf haben. Dass quasi Becken und Brustkorb neutral zueinander sind, die Wirbelsäule vernünftig Belastung abfangen kann und das stellen wir sicher mit einer vernünftigen Rumpfspannung, mit einer vernünftigen Gesäßspannung und dass unsere Muskulatur vernünftig arbeitet. So grob schon mal zum Überblick. Bei einem Hohlkreuz, was passiert jetzt da? Das können wir uns ganz leicht so vorstellen, wenn das hier neutral ist und ich bin in einem Hohlkreuz, das heißt, mein Becken kippt nach vorne, was ist passiert? Achtet auf den Rumpf. Vielleicht so rum. Bauch. Was macht der Bauch, wenn ich an einem Hohlkreuz bin? Er gibt Spannung ab. Das heißt, hier ist nicht angespannt. Wenn ich meinen Bauch anspanne, zieht das mein Becken automatisch in eine neutrale Position bzw. wenn ich zu sehr anspanne, in eine Kyphose, also quasi in einen Rundrücken. Das heißt, der Bauch hält irgendwie das Becken in einer wichtigen Position, wenn ich ein Hohlkreuz habe. Was passiert noch? Hier, Hüftbeugung. Das heißt, dadurch, das ist auch der Grund, warum wir meistens ein Hohlkreuz haben, dadurch, dass wir viel sitzen den ganzen Tag. Am Schreibtisch, im Auto, was weiß ich was, auf der Couch abends noch. Die Hüftbeuger sind meistens chronisch in Anführungszeichen verkürzt oder haben halt einfach mehr Spannung als die andere Muskulatur. Das heißt, sie ziehen uns in eine Hüftbeugung und halten uns in einem Hohlkreuz. Das heißt, hier ist zu viel Spannung und hier halten wir schon mal fest, ist zu wenig Spannung. Weil wenn ich hier Spannung draufbringe, bin ich neutral. Wenn ich hier Spannung wegnehme und hier Spannung draufbringe, bin ich in einem Hohlkreuz. Gucken wir uns die Rückseite an. Was passiert? Neutral ist, warte, machen wir wieder so, dass die Sonne drauf scheint. Hohlkreuz. Rückenstrecker oder Quadratus Lumborum, quasi unsere Rückenmuskulatur. Viel Spannung und der Hintern, wenn ich den Hintern anspannen würde, würde der mich hier hinbringen, quasi die Hüfte aufrichten. Das heißt, auf dem Hintern ist keine Spannung. So, halten wir fest. Wir sind in einem Hohlkreuz. Wir haben keine Spannung im Rumpf. Wir haben keine Spannung im Hintern oder zu wenig. Wir haben viel Spannung in den Hüftbeugern und wir haben viel Spannung auf dem Rückenstrecker. Das heißt, was machen wir als allererstes? Wir werden erstmal dafür sorgen, dass wir was Spannung aus den Hüftbeugern rausbekommen. Dazu gibt es eine ganz einfache Übung, die könnt ihr pauschal schon mal machen. Ihr legt euch einfach was Weiches auf den Boden. Wichtig vielleicht nochmal zu den Hüftbeugern generell. Ihr habt verschiedene Arten von Hüftbeugern. Es ist nicht gesagt, dass jeder Hüftbeuger jetzt dafür verantwortlich ist. Viele haben nämlich, also der Iliopsoas, der eigentlich der Haupthüftbeuger ist, bei vielen auch eher weniger ausgeprägt, weil wir eigentlich nie aktiv in eine Hüftbeugung über 90 Grad gehen. Das heißt, meistens ist der Rectus Femoris dafür verantwortlich, beziehungsweise der Tensor Fascielate für diese verkürzte Hüftbeugerposition. Was wir deswegen machen ist, wir machen den klassischen Couch Stretch, das heißt Fuß auf die Couch, dass quasi der Rectus Femoris auch noch über die Kniebeugung mitgestreckt wird. Und jetzt gucken wir, dass wir hier unten anfangen. Und wichtig ist, dass wir den Hintern anspannen. Das heißt, wir versuchen das Becken von einem Hohlkreuz in einen Rundrücken oder in einen neutralen Rücken schon zu kippen, indem wir quasi den Hintern jetzt hier versuchen anzuspannen. Vielleicht mal von der Seite filmen, genau. Also quasi nicht, also von dem Hohlkreuz in einen Rundrücken oder beziehungsweise in ein gegenteiliges Hohlkreuz. Und das versuchen wir zu halten und dabei uns jetzt aufzurichten. Das heißt, während wir uns aufrichten, halten wir das und spüren hier auf dem TFR und dem Rectus Femoris wahrscheinlich einen Stretch. Und wir versuchen mit dem Hintern weiter reinzudrücken. Das heißt, wir lassen uns jetzt nicht locker fallen und richten uns auf und holen quasi diese gesamte Beweglichkeit. Ihr seht, wie der Rumpf öffnet. Aus dem Rücken sind wir wieder in einem Hohlkreuz. Und hier ist immer noch, ihr seht das ja, hier ist immer noch eine Beugung drin. Knick. Das heißt, das funktioniert nicht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir hier die Beugung rausbekommen, indem wir den Hintern durchdrücken. Und das dehnen wir einfach mal ein bisschen auf pro Seite, so 45 Sekunden, 60 Sekunden, dass wir mal ein bisschen beweglich werden. Weil ihr müsst euch vorstellen, jetzt gleich werden wir versuchen, den Hintern zu aktivieren. Also die Muskulatur, die quasi euch aufrichtet. Das Problem ist aber, das könnt ihr mal ausprobieren, euch aufzurichten, während ihr euch hier reinkneift. Das funktioniert nicht, weil der Hüftebeuger euch ja quasi in Hüftbeugung zieht. Deswegen erst aufdehnen und dann machen wir folgendes. Erstmal ohne Gewicht Glute Bridges bzw. Hip Thrusts. Das heißt, ihr nehmt euch eine Bank, setzt euch vor die Bank, Schulterblätter drauf, Füße vor euch. Und was ihr jetzt versucht, das Becken zu euch zu kippen. Also quasi aus dem Hohlkreuz wieder raus, das Becken kippen und jetzt durchstrecken in volle, ihr seht das hier wieder glatte Fläche, Hüftstreckung. Hintern ist angespannt und die Hüftbeuger sind hier gestreckt. Was ihr nicht machen solltet, als Gegenteil, Rumpf locker, quasi wieder dieses, was wir am Anfang hatten, locker, Rückenstrecker ist angespannt, Becken ist gekippt und so hoch. Und ihr seht, hier ist ein Knick drin. Locker, Arsch ist locker und ihr macht es aus dem Beinbeugern. Das wäre falsch, sondern was ihr machen solltet, das Becken kippen. Das heißt, unten Gegenteil vom Hohlkreuz und dann hochdrücken. Hier glatte Fläche, Hüftbeuger gerade, Hintern angespannt. Und davon macht ihr einfach zwei, drei Sätze, A15 Wiederholungen, dass der Hintern ein bisschen was abbekommt. Und die Übung könnt ihr zum Beispiel auch auf dem Kanal suchen, Hip Thrusts könnt ihr Step by Step später auch mit Gewicht belegen, damit ihr Step by Step den Hintern immer weiter reinbekommt. Also erste Übung, Hüftbeuger aufdehnen, dass ihr einfach ein bisschen Beweglichkeit hier reinbekommt und dann den Hintern aktivieren und reinbekommen. Und das andere Thema wäre allgemein einfach, guckt, dass ihr Integrität in den Rumpf reinbekommt. Das heißt, die Bauchmuskeln entsprechend auch kräftigt. Ich denke, es gibt genug Tutorials auf YouTube zum Thema Sixpack Training. Ich werde euch eine meiner Lieblingsübungen zeigen. Das Problem an der Sache ist aber, die könnte eventuell auch die Hüftbeuger kräftigen. Ich zeige sie euch trotzdem. Und zwar sind das Planks. Beim Plank ist darauf zu achten, genau für das Problem jetzt hier eigentlich, ein bisschen blöd. Dass ihr nicht so viel über die Hüftbeuger macht, sondern primär wirklich über den Rumpf arbeitet. Deswegen möchte ich euch vorher daran erinnern, dass ihr einfach mal guckt, dass ihr wirklich hier ein bisschen Kontrolle in den Rumpf reinbekommt. Von der Ansteuerung her, was ist jetzt Rumpf, was ist Hüftbeuger? Und bevor ihr in den Plank geht, das so ein bisschen macht. Und dann geht ihr hin, quasi in den Stütz. Und auch hier konzentriert euch darauf, dass ihr euch nicht so irgendwie rausdrückt, sondern relativ neutral bleibt. Dass den Arsch aber anspannt, also quasi jetzt nicht so in eurem Hohlkreuz hängt, dass der Rumpf locker ist, sondern den Rumpf wirklich anspannen, wirklich hier auf euch, euch hier drauf konzentrieren, Hintern anspannen und halten. Halten. So. Und das macht ihr einfach erstmal, solange ihr es könnt, 45 Sekunden, 60 Sekunden. Und ich zittere gerade, weil ich mich wirklich exzessiv darauf konzentriere, dass ich nicht einfach hier so hänge, mit der Muskulatur, die stark ist. Ich zittere gerade nicht, sondern ich spanne den Arsch an, ich spanne den Bauch an und maximal versuche ich dagegen zu halten. So. Der Plank hat sicherlich vielleicht auch ein paar Nachteile, vor allem wenn man nicht weiß, was man mit der Schulter machen soll. Aber um einen neutralen Rumpf zu haben, vor allem bei Grundübungen, finde ich es ziemlich geil, weil es ist genau dieses Ding, wir sind nämlich nicht bei der Kniebeuge andauernd am Crunchen, sondern wir stehen aufrecht und versuchen hier Integrität zu halten. Und wenn ihr das gemacht habt, Hüftbeuger ein bisschen aufgedehnt, den Hintern aktiviert, den Rumpf aktiviert, dann ist das Wichtige, wenn ihr Kraftsport macht, dass ihr das Ganze eben auch im Training umsetzt. Das heißt, bei der Kniebeuge, beim Kreuzheben und was dafür ganz, ganz geil ist, ist der Goblet Squat. Da macht ihr nämlich genau das. Ihr stellt euch hin, holt euch eine kleine Kettelbäll oder so eine Handel und was ihr als erstes macht, ist Rumpfintegrität, Bauch anspannen, den Reim bekommen. Und was ihr dann macht, ist beckenneutral. Zack. Und konzentriert euch darauf, dass ihr das während der Beuge beim Goblet Squat haltet, dass ihr nicht locker lasst, sondern dass ihr diese Spannung die ganze Zeit haltet und dass hier aus dem Hintern die Hüftstreckung rauskommt. Und das ist wichtig, dass ihr das erstens einfach wisst, was da passiert, warum das Hohlkreuz abkippt oder das Becken abkippt und hier in dem Hohlkreuz dasteht, dass ihr die fehlende Muskulatur aufarbeitet, also Rumpf, Hintern und Hüftbeuger was aufdehnen und das ihr es dann aber auch im Training nutzt, dass ihr nicht im Training wieder dasteht, Beuge, 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 weil das hier ist genau das, was dann das Hohlkreuz auch noch verstärkt, wenn es im Training noch mit Gewicht beladet. Deswegen bitte nicht Beuge, sondern Rumpf, Bam, Hintern angespannt. Da, habt ihr den Unterschied gesehen? Angespannt, Hintern angespannt, wir gehen runter, Rumpf bleibt, Rumpf bleibt, Rumpf bleibt, aus dem Arsch. Das andere wäre, ah, schön reinsetzen und ah, will ich nicht hören. Also, ist vielleicht ein bisschen länger geworden, sind aber auch zwei, drei, vier Punkte, die damit reinfließen. Wenn ihr ein Hohlkreuz habt, achtet einfach darauf, den Rumpf, den Bauch aufzutrainieren, den Hintern aufzutrainieren, generell auf eine neutrale Hüfte zu achten, weil wenn ihr nicht darauf achtet, werdet ihr die nicht reinbekommen und die Hüftbeuger nur am Anfang, dass der Hintern ein bisschen reinkommt, aufdehnen. Normalerweise nach einer gewissen Zeit, wenn man da öfters auch in diese Bewegung reingeht, da ist das gar kein Problem mehr und dann wirklich im Training das Ganze einfach umsetzen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt bei dem Thema, sicherlich klar, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert den Kanal und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace. Cheers. MachboardANC fue Cheers. Cheers. 氏